Hallo, Discofox Welt! Hier ist Discofox Treff Frankne, Andrea und Thomas. Hier ist der dritte Teil von unserem Schleudergang, aber muss ich gleich dazu sagen, auf eigener Gefahr. Und meine Tänzerinnen oder meine Damen, wenn ihr euch nicht sicher seid bei einem Tänzer oder bei einem Herrn, macht das bitte nicht, gerade die Fallfigur. Wir haben auch gehört, Körbchen, das war Teil 2, haben die Frisbee gemacht, ziehen wieder hier rein. Wichtig ist, dass er jetzt gleich hier an der rechten Seite ist. Er macht mit linken Fuß, macht er einen Auswahlschritt hier zur Seite, dass er hier so an seiner rechten Seite liegt. Jetzt geht er die Dame nach vorne, dass sie gerade den Boden anschauen. Jetzt zieht er mit der rechten Hand zu sich und die linke geht um den Kopf der Dame. Die Dame macht eine Fallfigur. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, entweder den linken Fuß nach vorne, zum Publikum, aber ihr könnt es auch andersrum machen, wie ihr euch am sichersten fühlt. Das ist egal, ihr könnt auch beide Füße angewinkelt lassen. Genau so und jetzt wieder hier nach oben und mit irgendeiner Figur dann aufhören. Hier mal in Folge. Also wie gesagt, immer schön aufpassen, meine Damen, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst es sein. Also, Frisbee, hier rein, an die Seite, nach vorne, eine Fallfigur und nach oben. Das ist live, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.